Ernst Stahl-Nachbauer war ein deutscher Schauspieler und Regisseur. Leben Stahl-Nachbauer wurde als Sohn des Staatsanwaltes Dr. Guggenheimer geboren. Er sollte die militärische Laufbahn einschlagen und wurde Offizier des Bayerischen Infanterieleib-Regiments. Gegen den erklärten Willen des Vaters, der zehn Jahre nicht mehr mit ihm sprach, entschied er sich dennoch für das Theater. 1904,05 nahm er Schauspielunterricht bei Adolf Wins in Dresden und spielte dann an Bühnen in Hanau, am Stralsunder Theater, in Neustrelitz, Lübeck und Straßburg. 1913,14 arbeitete er bei den Münchner Kammerspielen. Nach seinem Fronteinsatz war er von 1916 bis 1918 an der Neuen Wiener Bühne und ab 1918 in Berlin. Dort wurde er unter Max Reinhardt, Viktor Barnowski und anderen zu einem gefeierten Bühnenstar. Zu seinem Repertoire gehörten besonders Werke von Gerhard Hauptmann, Karl Zuckmeier und Georg Kaiser. Er spielte in annähernd 100 Premieren und betätigte sich mehrfach auch selbst als Theaterregisseur. Die Filmkarriere von Ernst Stahl-Nachbauer begann 1917 an der Seite von Friedrich Zellnick in Das Geschlecht der Schelme. Nach erfolgreichen Stummfilmrollen gelang ihm nahtlos der Übergang zum Tonfilm, wo er unter anderem 1930 in dem Streifen der Schuss im Tonfilm-Atelier in der Rolle als Kriminalrat zu sehen war. Er wirkte in über vier Jahrzehnten in über 100 Filmen mit. In einem Stummfilm führte er Regie. Ernst Stahl-Nachbauer war ab 1925 auch für den Rundfunk tätig. Während der NS-Zeit war er in seinen Arbeitsmöglichkeiten eingeschränkt, da sein Vater Jude war. Der Schauspieler Heinrich George sorgte dafür, dass Stahl-Nachbauer bei ihm am Berliner Schiller Theater arbeiten konnte. Nach dem Krieg denunzierte Stahl-Nachbauer George allerdings bei der sowjetischen Besatzungsmacht. George habe während des Krieges, schlimmen Eindruck, gemacht und sich immer öfter zu, Lobhudelein und, sie keil, wünschen, hinreißen lassen. Nach dem Krieg spielte Stahl-Nachbauer in verschiedenen Fernsehspielen des NWDR mit und wurde auch als Synchronsprecher eingesetzt. Er war mit der Schauspielerin Carola Tölle verheiratet und starb im Alter von 74 Jahren und 68 Tagen. Seine Grabstätte befindet sich auf dem Friedhof Dahlem. Ehrungen 1956, Verdienstkreuz I. Klasse der Bundesrepublik Deutschland.